Hallo zusammen, hier ist wieder euer Dr.Duet mit einem neuen Video zur aktuellen Musik Plus Woche mit den Affixen Tyranical Tyrannisch, Bolstering, Anstachelnd, Explosive, Explosiv und Infested befallen. Zu Beginn seht ihr eine Übersicht meiner Azerite Traits und Talents, die ich für den Run verwende. Die Azerite Traits sind Supreme Commander Oberkommandant, Dämonik Niteor, Dämonischer Meteor und Bail for Invocation, Unheilvolle Anrufung. Wie immer gilt, wenn euch meine Air-19-Wig-Auren gefallen, die ich hier verwende, dann schaut doch einfach in meinem Stream vorbei, dort habt ihr auf alles Zugriff. Diesen habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Viel Spaß! Dämonik Niteor would樣 d avoid. Sieg' diese Die Das war's für heute. 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 Zwei Gruppen jetzt. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Hahaha. Okay. Das wird keine Stung. 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 Die Stung. Das wird keine 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 Stung. Die Stung. Das wird keine Stung. Die 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 Stung.